Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthof Verlag, Kapitel 9, das Annehmen der Sühne, Nummer 8, Größe und Größenwahn, Seite 177 bis 180. Größe ist von Gott und nur von ihm. Daher ist sie in dir. Jedes Mal, wenn du dir ihrer, und sei es noch so schwach, bewusst wirst, gibst du das Ego automatisch auf, weil die Bedeutungslosigkeit des Ego in der Gegenwart von Gottes Größe vollkommen deutlich wird. Wenn das geschieht, glaubt das Ego, obschon es das nicht versteht, dass sein Feind zugeschlagen hat und versucht, dir Gaben anzubieten, um dich dazu zu bewegen, wieder unter seinen Schutz zurückzukehren. Die Selbstinflation ist das Einzige, was es dir bieten kann. Der Größenwahn des Ego ist seine Alternative zur Größe Gottes. Wofür wirst du dich entscheiden? Größenwahn ist immer ein Deckmantel der Verzweiflung. Er ist hoffnungslos, weil er nicht wirklich ist. Er ist ein Versuch, deiner Kleinheit entgegenzuwirken und beruht auf dem Glauben, dass die Kleinheit wirklich ist. Ohne diesen Glauben ist der Größenwahn bedeutungslos und du könntest ihn unmöglich wollen. Das Wesen des Größenwahns ist Konkurrenzdenken, weil er immer Angriff beinhaltet. Er ist ein wahnhafter Versuch zu übertreffen, nicht aber aufzuheben. Vorhin sagten wir schon, dass das Ego zwischen Argwohn und Bösartigkeit hin und her schwankt. Es bleibt so lange argwöhnisch, wie du an dir verzweifelst. Es geht zur Bösartigkeit über, wenn du die Entscheidung triffst, die Selbsterniedrigung nicht zu ertragen und Abhilfe zu suchen. Dann bietet es dir als Lösung die Illusion des Angriffs an. Das Ego versteht den Unterschied zwischen Größe und Größenwahn nicht, weil es keinen Unterschied zwischen Wunderimpulsen und seinen eigenen ego-fremden Überzeugungen sieht. Ich habe dir gesagt, dass sich das Ego einer Bedrohung seiner Existenz bewusst ist. Doch trifft es keine Unterscheidung zwischen diesen beiden ganz verschiedenen Arten der Bedrohung. Sein tiefsitzendes Gefühl der Verletzlichkeit macht es unfähig zu urteilen, außer im Sinne von Angriff. Wenn das Ego Bedrohung erlebt, ist seine einzige Entscheidung die, ob es gleich angreifen oder sich zurückziehen soll, um später anzugreifen. Nimmst du sein Angebot des Größenwahns an, wird es sogleich angreifen. Tust du das nicht, so wird es warten. Das Ego wird in Gegenwart von Gottes Größe gelähmt, weil seine Größe deine Freiheit begründet. Sogar der leiseste Hinweis auf deine Wirklichkeit treibt das Ego buchstäblich aus deinem Geist hinaus, weil du alle Investitionen in das Ego aufgeben wirst. Größe ist gänzlich frei von Illusionen. Und weil sie wirklich ist, ist ihre Überzeugungskraft überwältigend. Das Überzeugtsein von der Wirklichkeit wird jedoch nicht bei dir bleiben, es sei denn, du lässt nicht zu, dass das Ego sie angreift. Das Ego wird jede Anstrengung unternehmen, sich zu erholen und seine Energien gegen deine Befreiung zu mobilisieren. Es wird dir sagen, dass du wahnsinnig bist und argumentieren, dass Größe kein wirklicher Teil von dir sein kann, wegen der Kleinheit, an die es glaubt. Doch deine Größe ist kein Wahn, weil du sie nicht gemacht hast. Du hast den Größenwahn gemacht und fürchtest ihn, weil er eine Form des Angriffs ist. Aber deine Größe ist von Gott, der sie aus seiner Liebe schuf. Aus deiner Größe heraus kannst du nur segnen, weil deine Größe dein Überfluss ist. Indem du segnest, hältst du sie in deinem Geist, schützt sie vor Illusionen und bewahrst dich selbst im Geiste Gottes. Denke immer daran, dass du nirgends sein kannst, außer im Geiste Gottes. Vergiss du das, dann wirst du verzweifeln und du wirst angreifen. Das Ego hängt allein von deiner Bereitwilligkeit ab, es zu ertragen. Wenn du bereit bist, auf deine Größe zu schauen, dann kannst du nicht verzweifeln und deshalb kannst du das Ego nicht wollen. Deine Größe ist die Antwort Gottes auf das Ego, weil sie wahr ist. Weder können Kleinheit und Größe nebeneinander bestehen, noch ist es möglich, dass sie sich abwechseln. Kleinheit und Größenwahn können und müssen einander abwechseln, da beide unwahr und daher auf der gleichen Ebene sind. Da es die Ebene des Wechsels ist, wird sie als wechselhaft erlebt und ihr wesentliches Merkmal sind Extreme. Wahrheit und Kleinheit leugnen einander, weil Größe die Wahrheit ist. Die Wahrheit wankt nicht, sie ist immer wahr. Wenn die Größe dir entgleitet, dann hast du sie durch etwas ersetzt, was du gemacht hast. Vielleicht ist es der Glaube an die Kleinheit, vielleicht der Glaube an den Größenwahn. Es muss jedoch wahnsinnig sein, weil es nicht wahr ist. Deine Größe wird dich niemals täuschen, deine Illusionen aber immer. Illusionen sind Täuschungen. Du kannst nicht triumphieren, aber du bist erhaben. Und im Zustand deiner Erhabenheit suchst du andere, die wie du sind und vorlockst mit ihnen. Es ist leicht, Größe von Größenwahn zu unterscheiden, weil Liebe erwidert wird, Stolz aber nicht. Stolz erzeugt keine Wunder und entzieht dir daher die wahren Zeugen deiner Wirklichkeit. Die Wahrheit ist weder unverständlich noch verborgen. Doch ihre Offensichtlichkeit für dich liegt in der Freude, die du ihren Zeugen entgegenbringst und die sie dir zeigen. Sie bezeugen deine Größe. Stolz aber können sie nicht bezeugen, weil Stolz nicht mit anderen geteilt wird. Gott will, dass du schaust, was er schuf, weil es seine Freude ist. Kann deine Größe arrogant sein, wenn Gott selbst sie bezeugt? Und was kann wirklich sein, das keine Zeugen hat? Was kann Gutes daraus entstehen? Und wenn nichts Gutes daraus entstehen kann, kann der Heilige Geist es nicht verwenden. Was er nicht in den Willen Gottes umwandeln kann, existiert gar nicht. Größenwahn ist wahnhaft, weil er benutzt wird, um deine Größe zu ersetzen. Doch was Gott erschaffen hat, das lässt sich nicht ersetzen. Gott ist ohne dich unvollständig, weil seine Größe total ist und du in ihr nicht fehlen kannst. Du bist in Gottes Geist ganz und gar unersetzlich. Kein anderer kann deinen Teil darin ausfüllen. Und solange du deinen Teil davon unbesetzt lässt, wartet dein ewiger Platz einfach auf deine Rückkehr. Gott erinnert dich an ihn durch seine Stimme und Gott selbst bewahrt deine Ausdehnung sicher darin auf. Doch du erkennst sie erst, wenn du zu ihnen zurückkehrst. Du kannst das Himmelreich nicht ersetzen und du kannst dich selbst nicht ersetzen. Gott, der deinen Wert kennt, möchte das nicht haben und deshalb ist es auch nicht so. Dein Wert liegt im Geist Gottes und daher nicht allein in deinem. Dich anzunehmen, wie Gott dich schuf, kann nicht arrogant sein, weil es die Arroganz leugnet. Deine Kleinheit akzeptieren ist arrogant, weil das heißt, dass du deine Bewertung deiner selbst für wahrer hältst als diejenige Gottes. Wenn aber die Wahrheit unteilbar ist, dann muss deine Bewertung deiner selbst diejenige Gottes sein. Du hast deinen Wert nicht begründet und er bedarf keiner Verteidigung. Nichts kann ihn angreifen oder über ihn obsiegen. Er schwankt nicht. Er ist einfach. Frage den Heiligen Geist, was er ist und er wird es dir sagen. Doch fürchte seine Antwort nicht, weil sie von Gott kommt. Es ist eine erhabene Antwort um ihrer Quelle willen. Die Quelle aber ist wahr und so ist es auch ihre Antwort. Höre und stelle nicht in Frage, was du hörst, denn Gott täuscht nicht. Er möchte, dass du den Glauben des Ego an die Kleinheit durch seine eigene erhabene Antwort auf das, was du bist, ersetzt. Damit du davon ablassen kannst, es in Frage zu stellen und es als das erkennst, was es ist. Herr Kahn. Ja, dann Apparat und dass du den Glauben des Ego vorstest. über die Luhe und in der Ruhe gebrauchstelle. Und in der Ruhe das ist eine Bis zum nächsten Mal